Hey Leute, weiter geht's mit Steve. Let's play Steve. Ähm, sieht so aus, als ob sich die Wachen gerade beruhigen. Ich frage mich gerade, wo die hin sind, warum sie auf einmal ruhig wird, wenn ich die Aufnahme besterde für diesen Bad. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das schon mal positiv. Und ich hoffe mal... Oh, 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 oh. Ne, hau ab. Ich bin nicht hier. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Okay. Also, laufen die jetzt ihre Runde? Ja, das wäre ein bisschen blöd für mich. Weil ich will eigentlich schon bald... ...an den Regen. So, wie war das jetzt? So, dann... Ähm... ...ja, warte mal. Ach, mir tut der Rücken weh. Oh, 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 wo ist der denn jetzt? Wo ist der Blödmann jetzt da? Hau schon wieder ab. Okay. Okay, jetzt kann ich hoffen, dass sie den hier unten nicht entdecken. Dann kann ich einfach nur hier in der Ecke legen, ne? Ansonsten komme ich nämlich hier nicht wirklich. Zack. Ich weiß auch nicht, wo die... ...wo die jetzt sind. Also, gut. Wir riskieren es einfach. Zack. Mal hoch da. Mal hoch da. Und dann... Hoppla. Könnte ich natürlich auch darüber schleichen und warten. ... 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 Vielleicht kann ich ja... Ich will den... Ich will den Ring auf jeden Fall noch haben, Leute, ne? Keine Sorge. Weil vielleicht... Ich hoffe mal, das ist der Ring. Vielleicht ist es auch gar nicht. Keine Ahnung. Aber ich vermute jetzt... Oh. Okay. Ich vermute jetzt einfach mal, das ist nämlich der Ring von dem, ähm... Nee, komm, das ist der niemals... ...Wann kam er von der Seite ran. Äh... Den, den dieser... ...Diebesfänger General da in der Hand hatte. Keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Auf der einen Seite, warum sollte er den nicht mitgenommen haben? Das ist nämlich die andere Frage. Okay. Der kommt schon hier vor. Das wird spät. Kommt die jetzt gar nicht mehr hier vor, oder? Okay, jetzt... Jetzt kommen wir. Na gut, wenn der hier weg ist, können wir eigentlich es riskieren. Zack, Taschenporträt. Achso, okay, da liegt da gar nichts wirklich Interessantes für uns. Das ist natürlich auch mal schön zu wissen. So. Ich mach das natürlich auch so richtig schön klasse. Der sieht mich gleich, der sieht mich gleich, oder? Hey, bei diesem Licht? Ich weiß nicht. Jetzt sehe ich also schon Dinge, was? Alles klar? Lass zurück an die Arbeit. Oh. Okay, also, da kommen wir auf jeden Fall nicht durch. Das heißt, vielleicht da oben lang. Schön, dass ihr gerade weg geht. Ich finde überhaupt eine ganz, ganz haar-scharfe Angelegenheit. Sorry, dass ich eben so ruhig war. Ja, hochkonzentriert natürlich, ne? Oh, neue Karte, ja. Sehr schön. Oh, das ist die Gießerei hier, ne? Das ganze Gebäude. Und das... Ne, da sind wir gerade. Na gut, gehen wir hier raus wieder aus dem Menü. Ja, danke. Wir sollen den Ring fangen. Äh, fangen, sag ich schon. Ja, ne, nicht fangen. Wir sollen uns den Ring schnappen, den der Diebesfänger-General sich unter den Nagel gekrallt hat. Denn offenbar ist der noch ganz, ganz wichtig für uns. Ja. Jetzt ist bloß die Förderer, gell? Wie machen wir das jetzt am besten? Ist das ein Geldschrank? Sicher noch eine Errungenschaft des Barons. Ich kriege ihn trotzdem auf. Okay, zunächst mal. Plus eins Nahrung. Siegel der Wache. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Weil mit dem Siegel der Wache können wir damit jetzt nicht einfach mal so ein paar Briefchen fälschen von der Wache im Endeffekt? Oder täusche ich mich da jetzt? Oh Gott. Aber wir tun jetzt mal hier versuchen irgendwie. Ja, ähm. Das kannst du zu lösen. Okay. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, nach welchem Muster muss ich das hier überhaupt lösen? Vielleicht so? Das ist nämlich jetzt die Frage, Leute. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das könnte... Das könnte... Das könnte so sein. Dann müsste das allerdings so sein. Das war ein Zeug. So, aber das hier... Guck mal, Leute. So funktioniert. Geile Sache. Einmal ein Schloss mit. Ja, das denke ich mal auch. Zack. Und wir nehmen natürlich nicht nur den Ring mit. Wir nehmen natürlich auch alles andere, was da drin ist. 492 Gold. Ja. Oh, geil die Sache. Und der Ring. Cornelius. Cornelius? Oh, oh. Ähm. Ja, okay. Öffnet die verdammte Tür! Brecht sie auf, wenn es einmaus! Die! Moment, Moment. Wir gehen erstmal da rein. Ja, ich weiß, es ist vielleicht jetzt nicht gerade der beste Zeitpunkt dafür, aber so viel muss es sein, finde ich. Cornelius Ring. Ein Siegelring von der Leiche eines göstlich verstorbenen Achisokraden. Das heißt... Ich habe den Ring und einen neuen besten Freund. Aber es ist erst vorbei, wenn ich hier raus bin. Ja, genau das ist es. Deswegen knack da mal ganz, ganz fix das Schloss hier irgendwie. Ne, komm. Zack. Zack. Und ich weiß ja natürlich nicht, aber wir machen hier die Tür mal zu. Ne, wir können... Können wir die nicht zumachen? Ich könnte schwören, ich habe den General gehört. Wenn er es war, sollten wir besser verschwinden. Ach, ich... Geh rein. Du schuldest mir was, Feigling. Ja, dann geh mal rein. Genau. Wir sind ja jetzt Gott sei Dank nicht mehr da, denn wir verstecken uns. Warum schlägt ihr mal Alarm? Und ihr elenden Schwachköpfe, Verfluchtidioden. Ja. Äh. Äh. Ja, ne, ist klar, wir wollen irgendwie... Ja, ne, ist klar, jetzt sind wir dann doch entdeckt worden, oder was? Da ist ja noch was, oder? Oder was ist das hier? Zack. Einmal Mo und das nehmen wir natürlich noch mit. Oh, oh. Tja, wie es aussieht, haben Sie den Schalter gefunden. Ja, das schätze ich mal auch. Das würde zumindest mal die Töne hier implizieren. Ähm, ja, wie... Wie komme ich denn jetzt hier runter? Habe ich jetzt irgendwas von der Steuerung verpasst, oder warum? Ah, okay. Okay, okay. Und hier, zack. Einmal raus, da bitte. Wir müssen da rüber. Kommen wir hier über das Dach rüber? Okay. Ganz, ganz vorsichtig, Leute. Aber das schaffen wir, oder? Jetzt sind wir schon zu weit gekommen. Oh, 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 oh. Au. Was war das? Nein. Hier ist nix. Hau ab. Das ist die Frage, herausspringen und den... Du bist also ein Dieb, der sich für besonders schlau hält. Hier? Oh, nee, ist klar. Nein. Ich habe mich gewartet. Du reine Klingel. Ja, ja, genießt du mal. Ich hau mal in der Zeit ab, während du da genießt. Ehrlich? Sag nur, sag nur, sag nur, ja. Gute Nacht. Ich werde euch nicht vermissen. Ja, das... Das denke ich mir auch genauso. Okay, damit haben wir abgeschlossen, Staub zu Staub. Ich glaube, das war das zweite Kapitel, oder, Leute? Däusche ich mich da gerade? Und zwar mit 200 Gold. Wir sind ein Jäger. Du hast keine aggressiven Aktionen gescheut und deine Gegner mit allen Mitteln ausgeschaltet. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Ja, 10 K-Ochschläge im Kampf. Nee, irgendwie... Nee, keine Ahnung. Das ist nicht so... Da muss ich wohl noch mal ein bisschen Übung üben, bis ich das Sinn bekomme. Ich stehle alle Beuteobjekte. 63 Prozent. Ja, wir haben schon ziemlich viel eingesammelt, aber ihr seht's, ne? Es hätte einfach noch mehr geben können. Gefunkte Sammlerstücke. Zwei von fünf. Statistiken, ja. Eine Stunde und neun Minuten oder was gespielt? Ja, Gesamtbeute in Gold. 482 G. Gefundene Beute. 46 von 71. Dachendebenstelle 4. Geknackte Schlösser 6. K-Ochschlagnet bedrohen. 6. Verdachterregt. Äh, ja. 14 Mal. Ich glaub, die Statistik ist nicht ganz... so schön und co. Und wie ich grad feststelle. Irgendwie läuft im Hintergrund immer noch die Leutchen da rum. Äh, ja. Entdeckt bin ich 6 Mal worden. Und getötete Bedrohungen 2. Gott. Wir fahren aber mal fort und schauen, wie's hier weitergeht. Im nächsten Kapitel quasi. Schätze ich mal. Denn ich hab mich jetzt hier in der Gießerei nicht ganz so glorisch angestellt, ne? Schaukästen aktualisiert. Ja, okay. Sehr schön. Fünf Nächte später. Okay. Ja. Gott sei Nächte. Aber was soll es? Die Schaukästen wurden aktualisiert. Das heißt, da können wir mal reinschauen. Erstmal die Zeitung hier anschauen. Gibt's da was Neues? Neues Dokument. Tatsächlich. Und zwar Halsgärte Stern von Oldale. In Bank Tresorverwart. 27.05. 841 NR. Die berühmte Halsgärte Stern von Oldale liegt seit dieser Woche im Tresorraum der Distriktbank von Stonemark. Und zwar so lange, bis die Angelegenheiten ihrer vom Pech verfolgten Besitzerin abgewickelt sind. Wie bereits im letzten Monat berichtet, verstarb Lady Abigail Huntnell bei einem gewaltigen Feuer, das ihr Familienanwesen vernichtete. Der wertvolle Stern von Oldale überstand das Entferno wie durch ein Wunder. Ermittlungen ergaben, dass der Brand ein Unfall war, wodurch nun ihr Besitz an die überlebenden Familienmitglieder gehen kann. Die Bank gab heute bekannt, dass sie im Auftrag der verpflichtenden Lady Hoodnell mit Nachforschungen zur Auffindung etwaiger Verwandter beginnen werde. Okay, interessant. Das heißt, eine Halskette, die so ein bisschen wie verschwunden ist und... Ja. Ne, die ist ja nicht verschwunden. Quatsch. Schwachsinn, was erzähle ich denn da? Ja, also die... Oh, da kann man klettern. Was ist hier? Ja, auch ins Bett klettern kann man. Ja, gut. Äh, nein. Die Halskette hat offenbar seinen Besitzer oder der Besitzerin, besser gesagt, ein bisschen Unglück gebracht und... Ja. In dieser Truhe bewahre ich alle meine Vorräte auf. Ich sollte mich vorbereiten, bevor ich gehe. Der ist ja mal gut. Der ist ja mal gut. Aber die Frage ist, sollen wir irgendwas ablegen? Aufnehmen? Ablegen? Ablegen. Jetzt ist die Frage. Ne, komm. Leute, ist egal. Ist egal. Ich weiß gar nicht, wie viel ich von den ganzen solchen Schmacks immer mitnehmen kann. Monika hat es. Wenn ich was finde, das ich behalten will, bewahre ich es hier auf. Im Moment sammelt sich hier vor allem Staub. Okay. Die städtische Stange war ich dann weg. Das ist ja interessant. Seht ihr hier eine Tafel, die wir mal in Stone Market da abgeschraubt haben? Beziehungsweise nicht, Stone Market war ja... Das war ja schon fast die alte Kapelle da, diese Ruine. Wie bewahren wir also hier auf? Das ist ja auch mal ganz gut zu wissen. So mehr oder weniger also unsere Basis, unser zentraler Anlaufpunkt. Nur ist jetzt trotzdem mal die Frage, wo wir jetzt als nächstes hin müssen. Okay, wir machen ein kleines Feuerchen. Verbrennen irgendwas. Ja, ein Bild von uns offenbar. Staatsfeind Nummer 1, ja, gesucht. Prima, das war ein bisschen zu schnell, um alles zu lesen. Aber schätzungsweise wird dann einfach nur nach uns gesucht. Ja, und ein Streicherzettelchen. Vielleicht wieder von Basso? Ich weiß es nicht. Vor allem wird mich mal interessieren, ob man jetzt immer noch diese Nebenaufträge da machen können, diese Sidecast. Ähm, ja, okay, okay. Das hat er jetzt ein bisschen schnell weggemacht. Driftbasso im Black Alley, tatsächlich. Wir sollen also wieder zum Basso gehen. Aber Leute, wisst ihr was? Das machen wir erst das nächste Mal. Ja, schön, 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 wie das aussieht. Äh, denn... Wir sind am Ende dieses Parts angelangt. Seht man, boah, geil, wie das hier reinscheint, oder? Also mir gefällt es. Mir gefällt es richtig gut. Es hat gedauert, aber ich habe es hingekriegt. Wenigstens etwas, das wieder ist, wie es war. Ja, das ist doch schon mal gut. Ne, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Sie. Oder bei einem der anderen Projekte von mir. Schaut einfach mal rein. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.